Hier möchte ich euch einen Bericht geben, den ein Einheimischer aus Kanada formuliert hat. Er ist vom Ende der vergangenen Woche. Leute, ihr müsst wissen, was hier los ist. Die Welt wacht mehr denn je auf und das ganz plötzlich. Lasst mich das erklären. Ich lebe in Kanada. Kanada importiert viel aus den USA. Ein Großteil unserer Lebensmittel kommt auch von dort. Da wir Nachbarn sind, kommt alles per LKW. Anfang Januar hat der kanadische Premier eingeführt, dass kanadische LKW-Fahrer einen Gesundheitspass haben müssen, um über die Grenze der USA ein- und ausreisen zu können. Das kam nicht sehr gut an. 18.000 LKW-Fahrer wurden entlassen, weil sie sich nicht impfen lassen wollten. Also taten sich diese LKW-Fahrer zusammen und marschierten von einem Ende des Landes, Großbritanniens Kolumbien, zur Hauptstadt Ottawa, wo der Premierminister sitzt. So heißt auch das Plateau. Die LKW-Fahrer bekamen viele Geldspenden für Lebensmittel und Benzin bis dorthin. Das war eine sechstägige Reise. Eines führte zum anderen. Es entstand ein Herdeneffekt, bis die LKW-Fahrer plötzlich beschlossen, nicht mehr nur für sich selbst zu kämpfen, sondern für alle. Sie beschlossen, zum Premierminister zu marschieren und sie werden sich nicht von dort wegbewegen, bis der Premierminister den Gesundheitspass, die Masken, alle Beschränkungen, einfach alles fallen lässt. Sie sagten, solange wir unsere Freiheit nicht wiederhergestellt haben, werden wir nicht von hier weggehen. Aber das Beste, was ihr jetzt wissen müsst. Die Bewegung ist so sehr gewachsen, dass sie am Montag ein Ende des Landes verlassen hat. Mit jeder Stadt, die sie passiert, schließen sich mehr Lastwagenfahrer und Autos von einfachen Leuten und Familien an. Die Menschen sind alle für sie. Die Restaurants geben den Menschen auf dem Marsch kostenloses Essen. Hotels lassen einen umsonst schlafen. Es gibt kostenlose Tankstellen. Das ganze Land schloss sich an und sammelte 5 Millionen Dollar für den Marsch, für Lebensmittel, Benzin und so weiter. 100.000 kanadische LKW-Fahrer sind jetzt dabei und letzte Nacht kamen 13.000 amerikanische LKW-Fahrer ins Land, um teilzunehmen. Es gibt fast niemanden, der dagegen ist. Das Land ist völlig aufgewacht. Am Samstagmorgen werden sie in der Hauptstadt eintreffen und die Umgebung des Plateaus abriegeln, bis die Freiheit im Land wiederhergestellt ist. Das ist so unglaublich, dass Australien jetzt schon seinen Marsch organisiert. Ihr müsst auf YouTube nach den Videos dieses Marsches suchen. Es ist vorbei, das Land wird am Samstag anhalten. Suchen Sie auf YouTube und noch besser auf TikTok nach LKW-Konvoi 2022 oder Konvoi nach Ottawa 2022. Und Sie werden sehen, wie schön das alles ist. England und Dänemark haben bereits keine Pässe mehr. Wenn sich die größeren Länder auf diese Weise abmühen, werden die weniger entwickelten Länder nachziehen. Dies ist ein Akt für die Freiheit mit der Vereinigung aller. Wacht auf, Menschen! Seit Generationen sprechen immer wieder Menschen davon, dass man sich gegen die Unterdrückung einsetzen muss. Erkennen und nicht mitmachen. Das ist wohl die friedlichste Form. Und wenn man das nach außen hin demonstriert, dann werden wir eine riesige Gemeinschaft sein. Dies ist ein Akt der Freiheit mit der Vereinigung aller. Wacht auf, Menschen! Senden wir unsere Grüße und unsere besten Wünsche an all diejenigen, die jung und stark genug sind, sich an solchen Aktionen zu beteiligen. Ich freue mich, dass ich diesen Bericht hier auf YouTube veröffentlichen kann. Uns allen alles Gute und bis zum nächsten Mal. Eure Valeska Eure Valeska